Satt den Mund auf. Oh, geht schon los. Oh, die Heart! Oh! War da ein Loch? Verdammt. Oh, herrje. Aber ich glaube nicht, dass wir da hin müssen, weil die Fahne ist ja woanders. Die Fahne ist da hin, du wärst dann durchgefallen, weißt. Für den One-Shot. Oh, ist da knack. Schicke Farbe. Was, ne? Blau, ja. Wenn Kellner sein noch grün macht, sind wir die RGB-Farben. Ah, ne, das gehe ich. Ich glaube, gelb. Oh, mein Gott, wie peinlich. Sarah Lindner, Fotomedien-Fafraub. Ja, wie leistet ihr Zeit? Ach, verdammt. Arschloch. Das hättest du nicht sagen sollen. Es wird langsam dunkel draußen, hä? Ach, komm schon, das wird ein One-Shot. Komm schon, dreh dich da rein. Dreh dich nicht da hin. Los, dreh dich. Ach so, oh. Ich dachte, das wäre so eine Pyramide, wo ich oben drauf muss. Nein! Nein! Dreh dich da drüben. Mann, ich hab schon ja die meisten Punkte. Geil. Ja, komm, das ist ein One-Shot. Komm schon, komm schon. Nein! Ohne die ganze Strecke zu sehen, wirst du? Ja, das geht eigentlich. Ich muss nur mit dich kommen, das ist alles. Ich komme ziemlich weit rechts. Nein. Nicht da drüber. Nein! Oh, Schatz, was ist das für Luis? Weißt du, wir würden das Helmisch da schon ein bisschen Power am Anfang drauf geben. Ja, ich weiß doch nicht, wie die Strecke aussieht. Vielleicht lande ich dann wieder irgendwo, wo ich gar nicht landen will. Aber ich hab trotzdem mit dem Boogie gemacht. Boogie? Boogie. Boogie. Das wär's ja noch. Oh, ach, nein. Oh, nein. Oh, shit, der ist da oben auf dem Hügel. Ja, das krieg ich hin. Das ist genau meins. I think not. Nein! Like a sir. Ah, fuck. Nein! Oh, fuck. Oh, Mann. Genau das. Ich hab auch hinten so müde in der Welt. Ach, nein. So knapp. Weißt du, da sind halt Moralvertrungen. Jetzt komm. Das gibt's ja nicht. Boogie, 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 boogie. Ja, ich bin drin. Mann, ganz ehrlich. Entschuldigung. Hab ich gar nicht gemerkt. Ich glaub. Oh, nein, Marvin. Ach, Mann. Das ist voll meins. Ah, kann's jeder. Ist klar. Lass bei dir, Marvin. Ich bin gleich am Maximum von Caps. Oh, einmal zu stark, einmal zu schwach. Nice. Waren ja nur Elbschläge. Ja. Keiner gesehen. Wo müssen wir denn hin? Geronimo! Oh, ich bin oben angekommen. Hä? Ja, und wie? Der mit der Rampe. Ach, du musst. Oh, okay. Hä, wo? Hä? Ach, ich weiß, wie du meinst. Ah, okay. Das krieg ich hin. Das Blöde ist nur hier oben. Bringt's mir nix. Ja, doch. Natürlich bringt es was. Ich muss halt jetzt richtig draufhauen. Guck, ich zeig's dir wie. Ja, das war jetzt zu viel. BAM! Ah, das war auch zu weit. Nur kurz. Oh, mein Gott. Auch zu kurz. Ja, wieso immer zu kurz? Bei mir ist immer zu weit. Ich komm noch nicht mal aufs Lass. Jetzt, ich hab's geschafft. Nice. Nein! Was geht denn immer raus? Oh, ich bin... Ich hab zu viele Schläge gebraucht. Bin ich auch gleich dran, Marvin. Ja, warte, ich zeig dir. Einfach geradeaus. Und so halbe... Halbe Kraft. Halbe Kraft? Weißt du, bei dir halbe Kraft? Oh, man. Komm, ich hab mich rüber. Da kracke ich dann vorher mal ab. Ja, dann musst du ein bisschen mehr als halbe Kraft. Mama, so drei Viertel. Das Spiel mobbt mich. Out of time. Verdammt. Voll den schnitt versaut. Also toll, jetzt müssen wir das schon wieder machen. Nee, nee. Das ist doch was anderes. Ja, das ist gleiche Level. Nein. Nee. Also, nee, doch nicht. Pff. Jawohl, in zwei Schlägen. Läuft bei dir. Ich weiß nicht mehr, wo ich hin muss. Da hoch, ja. Ja. Ah. Stärker. Äh, dahin nicht. Stärker, Kevin. Das ist ja gemein. Ups. Falsches Loch. Ja, nice. Jetzt? Du wirst volle Lotte in die Wüste rein. Das Loch. Ja, nice. Ja. War nur die falsche Seite. Wie ich halt echt schon wieder neun Stück mehr haben als Sarah. Nach vier, vier Runden oder so. Wtf, das ist, hä? Oh, da muss man richtig stark drücken. Jetzt kann ja gar nicht sein, wie ich will schon das machen. Vielleicht schon, aber halt nicht gerade. Weiter. Nee, das kann nicht sein. Ich glaube, man muss da nur ganz schwach drüber. Ah, in die Richtung muss man. Eigentlich doch. Hä? Hä? Ken, wie bist du da wieder rübergekommen? Hä? Wo rüber? Du musst wahrscheinlich gegen die Säule da hinten. Du kaputtiertest dich da hin, wo du hin musst. Jetzt schon, das wird wieder zu viel Splegel. Nein. Oh, Mann. Boah, nicht. Na komm, na komm, komm. Nein. Kevin möchte sein Wissen mit uns nicht teilen. Was? Ja, ich hab's doch dreimal gefragt, wie zur Hölle du da hinten gekommen bist. Du musst einfach nur an die Säule hauen. Ja, aber jetzt nutzt es mir nix mehr, nachdem ich schon wieder das Maximum hab. Ja, die ging gegen die erste da. Ach so. Die vorne rechts wäre es gewesen. Ich hab versucht, Zogen überzukommen. Ja. Ich hab jetzt noch nicht die richtige Power raus. Ist doch die vorne rechts, oder? Oder die nicht? Ja, ja. Das ist die vorne rechts. Oh, nee, mach mal die ganz... Ich hab die rechte benutzt. Ja, das ist schon die rechte. Ja, es geht mit beiden wahrscheinlich, weil die andere linke ist ja auch dieses Loch nach links gezeigt. Oh, out of time. Sorry. Verdammt. Ach nee, wieder sowas. Ach du Scheiße, mit dem Labyrinth da drin. Boah, ich hab jetzt fast schon einen Zug geschafft. Jetzt schaff ich in zwei. Bam, ich bin durch. Ups. Ah, shit, fast. Nein, knapp an dem Loch vorbei. Zurecht. Oh, jawohl, so ne Stellkurve, das ist meins. Ui. Nein. Nein, ah doch. Wack, ich bin rausgehauen worden. Ich hab's schon geschafft. Nein. Einfach voll drauf, so hab's ich gemacht. Nee, voll drauf war nix. Weitgeflogen. Von überall rass ich aus. Achso, geht nicht. Ah, wenn man das Mausrad dreht, kann man weiter wegzoomen. Ist doch mal gut zu wissen. Ah, 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 ooooh. Wonderful. Na, geh doch da hoch. Ganz ehrlich. Warum? Weil ich jetzt den einfach nur da rüberkicken muss. Oh, ne, das wird, glaub, nix. Oh. Oh, shit, ich bin im Bunker. Ja. Stand. Ja, das nennt sich Bunker entgeholfen. Nachkommen. Herr Bauten, darf so ne Steigung. Nein, ich bin runtergefallen. Wie geht's jetzt weiter? Wir müssen auf jeden Fall dir mal meineиваетliche Minigolf spielen gehen. Das ist bestimmt abartig los. Jedenfall. Ja, das 3D Minigolf war jetzt nicht so lustig. Ja, doch. Das ist doch gut. Ach, 3D. Ach, in der Stadt meinst du? Stadt, ja. Da war ich noch nie. Ja, ist jetzt nicht so. ja guck mal ihr holt ja richtig auf mal gucken wohin der ball muss da ist wasser beruhigt mich jetzt nicht wirklich left click file in word oder was was steht halt dran ja bei mir ist das spiel rausgehauen was we win ja mein spiel hat's beendet und tschüss doch nur angst zu verlieren ein letzter gegen ein bock mal oh wie süß ja das ist nicht süß kevin ist doch neben dran am pizze aus dem wasser rausgefallen stimmt ich wollte eigentlich auch unten durch. Ah ne, das stimmt sogar. Glaube ich, oder? Jawoll. Nein! Ich hab's geschafft. Nein, ich kann doch nicht mehr joinen. Ja, gar nicht mehr. Oh nein! Oh, ich bin der Trottel. Ja, dann lass es einfach neu anfangen und noch mal was anderes tun. Trottel, jetzt lock ich jetzt noch ein. So, jetzt. Ja, ich hab ein bisschen in den Körper gucken. Trottel wieder da. Ja, das ist schnit.